Sind Sie kreativ? Das ist eine Frage, die ich gerne bei meinen Vorträgen stelle. Und im Schnitt, glaube ich, gehen so 50% der Hände hoch. Interessanterweise gehen wesentlich mehr, fast bis zu 100% der Hände hoch, wenn ich frage, ob Kinder kreativ sind. Wir glauben wohl alle, dass Kinder kreativ sind. Nun, ich glaube ja, dass wir alle kreativ sind, aber Kinder ganz besonders. Das liegt auch ein bisschen an der Biologie. Da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal dazu. Und natürlich bekommen wir unsere Kreativität auch ein bisschen abtrainiert. Sehr interessant ist aber, dass es ein kreativer Kick sein kann, wenn wir uns einfach nur das Problem, die Herausforderung aus dem Blickwinkel eines Kindes vorstellen. Es gab dort als Beispiel in Amerika eine Untersuchung, bei denen wurden Erwachsene gefragt, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, der alles erfüllen kann. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt morgen einen Tag gestalten, genauso wie ihr ihn haben wollt. Was würdet ihr denn zum Beispiel ändern? Und diese Frage hat man auch Kindern gestellt. Und bei den Erwachsenen kamen dann größtenteils Verbesserungspotenziale heraus. Und meistens leider an sich selbst. Also da wurde mal eine Nase begradigt, da wurde der Bauch ein bisschen schlanker gemacht. Also alles Dinge, die bei sich selber etwas verändern. Wenn Kinder einen Wunsch frei haben, einen Tag, in dem sie machen können, was sie wollen, in dem sie etwas verändern können, was immer sie auch machen könnten. Was kommt da raus? Kinder können auf einmal Feuer spucken. Kinder lassen sich Flügel wachsen, um zu fliegen. Das ist die Fantasie, die Kinder haben. Und es langt allein schon, für einen Kreativprozess sich vorzustellen, man wäre wieder in der Rolle eines Kindes, oder sich vorzustellen, wie würde diese Herausforderung ein Kind beantworten. Und schon haben wir bessere, kreativere Ideen. Deswegen nutzen Sie einmal wieder Ihr kreatives, kindliches Potenzial. Also nicht kindlich denken, nicht kindisch denken, sondern kindlich denken. Und stellen Sie sich vor, wie würde ein Kind Ihre Herausforderung angehen? Wie würde Ihr Problem vielleicht in einem Kindergarten gelöst werden? Bleiben Sie kreativ, möge die Kreativität mit Ihnen sein.